Ja, Uwe, ganz ehrlich, angepisst? Auf jeden Fall, klar, es ist Höchststrafe, wenn du nicht in der letzten Runde, sondern in der letzten Kurve überholt. Ich hatte die Information, dass es noch zwei Runden sind und ich wollte den Schwung nehmen für die lange Gerade, bin ein bisschen weit rechts angefahren, war letztendlich mein Fehler. Und dann ist er mit einer kleinen Berührung nach innen rein und konnte sich dann auf der Gerade durchsetzen. Hat er gut gemacht, gar keine Frage. Mein Fehler, muss man mehr aufpassen. Aber trotzdem sehen wir dich endlich wieder auf dem Podium. Ist doch ein gutes Gefühl. Ja, das auf jeden Fall. P3, also die Zielsetzung war ganz klar Podium. Morgen wird es eine Nummer schwerer, wir starten morgen von 10. Deswegen soll ich mich heute eigentlich freuen, aber die Freude ist natürlich schon arg gedämpft. Wenn man das Ding selber vermasselt, dann muss man auf sich selber angepisst sein. So ist es halt nun mal. So eng liegt dann Erfolg und Niederlage in dem Moment. Niederlage relativ, aber da hat er einen Platz verloren. Naja, für mich war es sehr spannend natürlich zum Ende. Ich habe mitgefiedert am Fernsehen. Letztendlich das erste Podium, was wir jetzt zusammengefahren haben. Wenn gestern einer gesagt hätte, ihr fahrt morgens auf dem Podium, dann hätten wir gesagt, super. Ja, jetzt sind wir ein bisschen traurig über Platz 3, aber ich denke mal, für das ganze Team und für alle ist es ein gutes Ergebnis, erster und dritter. Und jetzt gucken wir, dass wir weiter aufbauen darauf und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.